So, Klaus kommt jetzt zum Pic de Bure. Alles klar. Wo bist du jetzt? Immer noch am Pic de Bure Richtung Osten, war die Basis. Im Niedrichter bin ich einfach hier geblieben. Okay. Willkommen bei mir im Cockpit auf einem meiner Flüge mit dem Rekordpiloten, Alpen- und Bergspezialisten schlechthin, Klaus Ullmann. Ich war im Sommer 2022 mehrere Male mit Klaus in den französischen Alpen unterwegs. Leider war das Wetter oft so schlecht, dass wir unsere liebe Mühe hatten, oben zu bleiben. So leider auch bei diesem Flug, bei dem ich die Berge aus völlig neuen Perspektiven gesehen haben. Bleibt dran, denn mit jedem Kilometer des Flugwegs wird das spannender. Versprochen. Ja, jetzt sind wir mal ein bisschen tiefer auf der anderen Talseite Richtung Pioli. Nordwestlich von Pioli sind wir jetzt. Ja, war eigentlich auch noch nicht so in der Höhe hier. Ja, war eigentlich auch noch nicht so in der Höhe hier. Boah, ein ganz schön großer, ne? Ja. Der ist gestartet an der Handkante, als wir eben dran langgeflogen sind. Nachdem wir gemeinsam den Sprung vom Pictoua zum Pioli gemeistert hatten und dort zunächst noch einigermaßen massabel Steigen vorfanden, flogen wir weiter zur Tetelussie und den Geoten. Trotz tollen Optik hatten beide für uns leider nur sinken Gebäck. Die Berge, die sonst so gut gingen, hingen wohl in einer Art Inversion, die uns noch ganz schön zu schaffen machen sollte. Meinem verhaltenen Optimismus nach fand ich das zu diesem Zeitpunkt allerdings weniger spannend. Ich glaube, ich ahnte innerlich schon, was gleich noch auf uns zukommen sollte. Aber wer sich auf solch ein Abenteuer mit Klaus einlässt, muss damit rechnen, viel Neues zu sehen und jede Menge zu lernen. Positiv betrachtet könnte man auch sagen, dass wir noch nicht wirklich tief waren, sondern nur die Berge in dieser Gegend etwas höher waren als zu Beginn des Fluges. Also weiter geradeaus, der nächste Hang geht bestimmt. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Wenn Klaus schon mal den Hand poliert, dann spricht das Bänder. Für die 250 Meter Höhengewinn haben wir jedenfalls stolze 10 Minuten gebraucht. Wer eben richtig aufgepasst hat, hat sicher bemerkt, dass wir nicht das letzte Mal an diesem Tag den Hang poliert haben. Weiter geht es also voll motiviert in Richtung Norden. Musik 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 Leider trugen die Hänge nur mäßig. So langsam ahnt ihr es, oder? Den nächsten Berg sind wir gezielt anflogen bei der Tetamont, dem wir 1000 Meter unterhalb des Gipfels reichten. Und es kam, wie es kommen musste. Eine geschlagene halbe Stunde drehten wir am Hang hin und her, die wir wie einige Räte nach Norden springen konnten, dort langsam aber stetig weiter zu steigen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir dabei ein Pilot, der 500 Meter über mir sein Wasser abließ. Ich behielt meins tapfer in den Tanz. Na, der lässt doch Wasser ab der eine. Musik 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 Wie kommst du denn da hast dich hier besser mit, ne? Ja, hab ich auch das Gefühl, vor allem wenn man geradeaus fliegt. Um die Bemerkung von Klaus zu verstehen, muss man wissen, dass ich hier in meiner 45 Jahre alten Moskito sitze, und Klaus eine moderne Antares 21E-Field. Um die Unterschiede etwas auszugleichen, flog ich an diesem Tag mit Wasser in den Flächentasten. Musik 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 Ja und wir auch. Das sind schon beeindruckende Steine hier rechts. Wie es mit diesem einmaligen Flug von und mit Klaus Ullmann weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Also noch schnell den Kanal abonnieren und keine Episode mehr verpassen.